Bis zu 240 Euro mit nur einem einzigen Telefonanruf verdienen, ein amerikanischer Anbieter macht es möglich. Welcher dieser amerikanische Anbieter ist und wie du tatsächlich dieses Geld verdienen kannst, das wollen wir uns heute hier in diesem Tutorial anschauen. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Im heutigen Tutorial soll es um eine Plattform namens marketcall.net gehen. Denn marketcall ist eine Plattform, die dich dafür bezahlt, dass du Telefonanrufe für andere Leute, für sogenannte Advertisers generierst. Ich denke, viele von euch werden jetzt sicherlich sagen, wie jetzt? Ich muss selbst keine Telefonanrufe durchführen, ich muss einfach nur Leute dazu bringen, jemanden anzurufen. Das ist es, exakt das ist es. Das heißt, hier auf der Plattform wirst du dafür bezahlt, dass du einfach eine Person suchst, die sich zum Beispiel für ein bestimmtes Thema interessieren könnte. Und diese Person soll dann über eine Nummer, die dir zugeordnet wird, eine Firma anrufen. Wenn das Ganze noch etwas schwammig klingt, lass es mich vielleicht etwas genauer erklären. Es gibt praktisch zwei Akteure hier auf dieser Plattform, nämlich einmal Affiliates und einmal Advertisers. Wie bereits erwähnt, die Advertisers zahlen dafür Geld, dass du als Affiliate den Advertisern praktisch Kunden bringst. Und der Advertiser zahlt dir aber nur Geld, wenn bestimmte Voraussetzungen praktisch stimmen. Das heißt, wenn beispielsweise jetzt eine Person bei diesem Advertiser anruft und diese Person legt zum Beispiel nach zwei Sekunden wieder auf, beziehungsweise ist einfach überhaupt nicht interessiert, dann kriegst du natürlich keine Auszahlung. Die meisten Advertisers sagen beispielsweise, wenn du mir eine Person holst, die mich anruft und dann mindestens für eine Minute mit mir telefoniert, dann kriegst du beispielsweise für diesen Anruf 100 Euro oder zum Beispiel 250 Euro oder 20 Euro oder wie viel auch immer. Machen wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns mal vor, und wir gehen noch gleich über ein paar echte Beispiele hier auf der Plattform drüber, aber stellen wir uns mal vor, du bist ein Unternehmen, das im Bereich Unternehmensberatung drin ist. Und wenn du beispielsweise mal so ungefähr durch deine Verkäufe durchguckst, dann wirst du sehen, dass, sagen wir mal, einer aus zehn Leuten bei dir eine Beratung wahrnimmt und du zum Beispiel mit so einer Beratung, sagen wir mal, 2000 Euro verdienst. Das heißt, was du machen könntest, ist folgendes, du könntest auf diese Plattform hier Market Call gehen und könntest nach Leuten suchen, die dir mehr Telefonanrufe generieren. Das heißt, du kriegst dann zum Beispiel weitere 10, 20, 30 Telefonanrufe am Tag und du weißt ungefähr, sagen wir mal, mit zehn Telefonanrufen machst du, sagen wir mal, 2000 Euro, dann die restlichen neun Telefonanrufe, gut, damit machst du halt kein Geld. Das heißt, es würde sich auf jeden Fall für dich lohnen, wenn du zum Beispiel jemanden, sagen wir mal, 50 Euro für jeden Telefonanruf zahlen würdest. Und genau dasselbe ist es auch hier. Das heißt, wir haben einen Advertiser, der sagt sich, gut, ich mache sehr, sehr viel Geld mit meinem Durchschnittskunden, ich weiß, dass ich im Durchschnitt zum Beispiel eine aus zehn Personen closen kann, ich brauche aber einfach Leute, die mich halt anrufen, ich möchte selbst nicht das Marketing machen, ich möchte nicht selbst zum Beispiel ein eigenes Callcenter haben, ich möchte nicht unbedingt jetzt eine riesige Gruppe an Menschen in meinem Büro sitzen haben, die Leute anrufen von morgens bis abends, ich möchte das einfach auslagern und das lagern sie, wie gesagt, aus hier an Market Call. Ihr könnt gerne hier einfach mal ein bisschen schauen, wie gesagt, es gibt halt die Advertisers und es gibt die Partners, auch die sogenannten Affiliates genannt und das Einzige, was du, wie gesagt, tust, ist folgendes, nämlich du generierst halt für andere Leute Telefonanrufe. Wir sehen es übrigens auch hier, bisher wurden 21 Millionen Dollar von den Affiliates verdient, es wurden insgesamt 1.024.783 Calls generiert und Kampagnen insgesamt 118.025 erfolgreiche Kampagnen. An sich, wie gesagt, ist Market Call eigentlich ein relativ simples Konzept und das Schöne ist, dass ihr selbst gar keine Webseite mehr benötigt, das heißt, ihr müsst euch jetzt auch keine Sorgen drum machen, ob jetzt eure Verkaufsseiten optimiert sind oder ob ihr beispielsweise überall eure Social Media Kanäle habt oder ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt darum kümmern, so wie ich, dass ich jeden Tag zum Beispiel YouTube-Videos mache, all das ist für dich nicht unbedingt relevant oder für euch nicht unbedingt relevant, ihr braucht nur eine einzige Strategie, mit der ihr diese Kunden generieren könnt. Wir werden später auch nochmal darüber sprechen, wie ihr euer eigenes kleines Callcenter aufbauen könnt, nämlich es macht natürlich auch Sinn und das ist übrigens auch die, sag ich jetzt mal, die Aufgabe, die viele von diesen Advertisers euch stellen, ihr könnt natürlich auch oder ihr solltet in einigen Fällen auch vielleicht einfach schon mal Leute anrufen und diese dann praktisch fragen, ob sie beispielsweise, sagen wir mal, eine Unternehmensberatung brauchen oder ob sie beispielsweise eine Beratung im Bereich vielleicht Schulden brauchen, vielleicht haben die Leute Schulden und brauchen vielleicht jemanden, der ihnen hilft, diese Schulden richtig zu managen und dann kannst du halt praktisch sagen, okay, wir rufen halt diese Leute an oder du lässt halt Leute anrufen, sprichst mit denen oder lässt halt mit denen, lässt andere Leute mit diesen erstmal sprechen und dann praktisch ist das Ziel aus diesem ersten Telefongespräch, die Leute dazu zu bringen, dann diese andere Nummer zu wählen, die dann praktisch zu der Firma hinführt, die dich dann bezahlt. Das heißt, das können wir auch machen und das schauen wir uns später nochmal ganz praktisch an. Jetzt wollen wir erstmal aber einen Blick in die Plattform werfen. Wenn ihr in die Plattform reingeht, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich solche Angebote hier finden. Das ist eines der besten Angebote, das ich auf der Plattform bisher gefunden habe. Hier geht es, wie wir oben bereits sehen, um Debt Relief. Es geht praktisch darum, dass du beispielsweise hier für eine Firma Kunden sammelst oder Anrufe generierst, die halt Leuten dabei hilft, ihre Schulden beispielsweise zu minimieren. Und das Schöne ist, dass wir für diese Firma 240 Dollar pro Call bekommen. Ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel hier gewählt, das ist übrigens ein Beispiel auch für die Vereinigten Staaten. Es gibt auch welche für Deutschland, es gibt welche für alle möglichen Länder. Das heißt, es ist wirklich eine globale Plattform. Das heißt, ihr könnt beispielsweise auch, wie gesagt, wenn ihr das Ganze selbst machen möchtet, auch beispielsweise, wie gesagt, deutsche Auftraggeber euch nehmen. Das geht, obwohl ich in den meisten Fällen eher zu den amerikanischen raten würde, weil die halt einfach mehr zahlen. Wie in diesem Fall hier 240 Dollar für nur einen einzigen Call. Und was diese Firma so praktisch möchte oder in welchem Bereich, sage ich jetzt mal, diese Firma ist, ist Insurance und Legal. Und die wollen praktisch dem Kunden dabei helfen, die Schulden vielleicht umzuschichten oder zu minimieren oder was auch immer. Und wir sehen übrigens hier, dass es etwas gibt, das nennt sich Call Limits. Nämlich, das ist praktisch der untere Punkt hier, Call Limits mehr als 5000. Das heißt, du könntest praktisch dann, wenn du tatsächlich all diese Calls hier generieren könntest, sagen wir 5000 Calls, wären das über den Daumen gerechnet, wie sind das 1,2 Millionen. Wenn ich mich jetzt nicht hier verrechne, das heißt 1,2 Millionen könntest du praktisch damit verdienen, diese 5000 Calls zu generieren. Natürlich sagt jetzt hier keiner, dass es easy ist, einfach mal so 5000 Calls zu generieren und 5000 Calls, die auch tatsächlich dann angenommen werden, wo Leute tatsächlich kaufen und so weiter und so fort. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Aber wenn du beispielsweise schaffst, dass eine Person dort am Tag anruft oder vielleicht zwei Leute, dann hast du dir schon wirklich, wirklich gutes Einkommen aufgebaut. Natürlich gibt es auch andere Leute, die halt für diese Firma hier arbeiten beziehungsweise die halt an diesen Jobs hier arbeiten. Aber ich kann euch sagen, weil ich jetzt die Plattform doch seit einigen Wochen mal beobachtet habe, dass solche Angebote doch für relativ lange Zeit aktiv bleiben. Das heißt, ich glaube nicht, dass dort 1000 Leute sich um einen einzigen Auftraggeber sammeln und dann halt Telefon- und Rufe generieren bis zum Gehtnichtmehr. Das ist eher nicht der Fall. Das ist eher der Fall, dass es einfach ein paar Leute gibt, die halt sich auf eine bestimmte Nische festlegen, dann für eine bestimmte Firma arbeiten und dementsprechend dann halt Reichweite generieren. Gucken wir uns vielleicht nochmal eine weitere Sache an, nämlich die sogenannten Traffic Sources. Hier wird von der Firma definiert, auf welchem Weg du Traffic generieren darfst. Bei einigen Firmen ist es so, dass die beispielsweise Online-SEO erlauben, dass die Online-Banners erlauben, dass die zum Beispiel SMSMM, also Social Media Marketing erlauben, Online-E-Mail und so weiter und so fort. Diese Firma hier möchte aber nur Offline-Call-Center, das heißt auf der rechten Seite, das ist die einzige Option, die hier erlaubt ist. Und viele von euch werden sich jetzt sicherlich sagen, naja gut, Offline-Call-Center zum Traffic generieren, das ist ja doch relativ aufwendig, ist aber sehr viel einfacher und sehr viel billiger als wahrscheinlich viele von den anderen Methoden. Und das wollen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal anschauen. Das heißt, du brauchst einfach, wie gesagt, nur Leute, die dann für dich die Telefonanrufe durchführen. Und gerade jetzt in diesem Falle, wo es in die USA geht, wollen wir natürlich auch höchstwahrscheinlich amerikanische Kunden haben. Dementsprechend wäre es ganz gut, wenn du eine Firma findest, die eine Flat in die USA hat und das haben auch sehr, sehr viele Firmen. Gerade übrigens ganz viele Firmen in den Philippinen, aber wie gesagt, schauen wir uns das also gleich nochmal an. Hier, wie gesagt, ist die einzige erlaubte Traffic-Source-Offline-Call-Centers. Und dann noch eine Sache, die wir uns hier anschauen sollten, ist das folgende, nämlich hier oben die sogenannten Target-Calls. Das heißt, das ist jetzt übrigens nicht derselbe Auftrag, das ist einfach nur ein anderer Auftrag. Und bei diesem Auftrag ist es so, dass anscheinend man ein Angebot, oder man kriegt nur das Geld ausgezahlt, sag ich jetzt mal, wenn tatsächlich der Anruf 90 bis 135 Sekunden gedauert hat. Und wenn dem so ist und es halt mindestens 90 bis 135 Sekunden gedauert hat, dann, wie gesagt, kriegst du dein Geld. Jetzt wollen wir uns aber nochmal mit dem Thema Callcenter beschäftigen und nochmal so ein bisschen mit dem Thema, genau, Traffic generieren. Aber an sich, wie gesagt, ist die Plattform ziemlich, ziemlich einfach. Du generierst hier praktisch dann deine eigene Telefonnummer. Und sobald, wie gesagt, deine eigene Telefonnummer generiert hast, kannst du direkt damit beginnen, Kunden zu akquirieren. Das Ganze sieht dann übrigens wie folgt aus, nämlich hier steht dann, Unfortunately, you do not have any numbers. Press button below to get a free number for the campaign. Und dann, wie gesagt, einfach den Button drücken auf Get a Phone Number. Und sobald du es getan hast, kriegst du dann praktisch eine Telefonnummer, die nur wirklich dann auf dich zurückzuführen ist. Das heißt, wenn dann jemand diese Nummer wählt und bei dem Advertiser landet und dann halt wirklich 90 bis 135 Sekunden mit der Person redet, dann, wie gesagt, wirst du, wie gesagt, dein Geld bekommen. Gerade in den Philippinen ist es sehr, sehr günstig, Callcenter-Mitarbeiter anzustellen. Da gibt es alle möglichen Webseiten, auf denen du das machen kannst. Beispielsweise eine Firma, die ich jetzt kenne, ist diese hier namens Magellan Solutions. Und die machen einfach nur Folgendes, nämlich da kannst du halt sagen, okay, ich will Inbound oder Outbound haben. In unserem Fall sagen wir zum Beispiel Outbound will ich jetzt haben. Sagen wir mal, du möchtest halt Cold Calling haben. Das heißt, du würdest jetzt hier auf Outbound gehen, würdest auf Cold Calling gehen und könntest dir hier ganz genau anschauen, welche Dienstleistungen die anbieten. Und vor allen Dingen kannst du hier unten auch jederzeit eine Consultation, eine kostenlose Consultation geben lassen und praktisch erfragen, wie teuer das Ganze überhaupt hier wäre. Meistens, wie gesagt, ist es weit, 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 weit günstiger als in der westlichen Welt. Und vor allen Dingen, das sind auch hier die Core Markets. Das heißt, die kennen sich auch aus mit den Vereinigten Staaten. Die werden jetzt auch keine sonderlich großen Kosten hier für dich erzeugen. Und wenn du beispielsweise eine Person hast, die gerade mal für 5 oder 10 Dollar pro Stunde für dich arbeitet, vielleicht sogar weniger, und vor allen Dingen, die halt auch nicht fest angestellt ist, sondern die du halt auf Freelancing-Basis anstellst, das ist dann eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt, du kannst dir zum einen sehr viel Kosten sparen und vor allen Dingen schaffst du es damit natürlich auch, Leute zu erreichen. Nämlich die Strategie könnte zum Beispiel folgende sein. Du suchst dir eine Person aus den Philippinen. Die meisten von denen sprechen sehr, sehr, sehr gutes Englisch. Du lässt dann anrufen, machst praktisch Cold Calling in beispielsweise den Vereinigten Staaten und sagst den Leuten zum Beispiel, oder fragst, ob Leute zum Beispiel Schulden haben oder versuchst irgendwie halt irgendwie an diese Information, sag ich jetzt mal, ranzukommen. Und sprichst dann mit den Leuten und sagst halt sowas von, wie ich habe da wie gesagt einen tollen Kontakt, der ihnen helfen kann. Und dann wird, wie gesagt, die Nummer weitergegeben zu dieser jeweiligen Firma, zum Beispiel zu dieser Firma hier, wo du halt 240 Dollar für jeden einzelnen Anruf bekommst. Gut, das war es aber nun hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.